Hallo zusammen. Vor wenigen Tagen bin ich durch YouTube gescrollt und habe diesen interessanten Tab gefunden. Covid-19-Impfung, bleib informiert, Banner angesagt. Hast du Fragen zur Impfung, find dir hier mehr heraus. Eine Zusammenstellung von Videos durch YouTube, die mir auf der Hauptseite angezeigt wurde. Und das hat zu einigen interessanten Recherchen geführt, die ich euch heute vorstellen möchte zum Thema Impfstoffkampagne und wer dahinter steckt auf YouTube. Also diese Videos hier hatten alle gemeinsam, dass sie eben rund um die Impfung, also Titel, ging die Impfstoffentwicklung zu schnell oder ich habe mich gegen Corona geimpft oder was haben wir noch? Ich wurde geimpft, Infektionsschutz erklärt, Impfen einfach erklärt und so weiter. Hier haben wir mal ein Beispiel für so ein Video. Das ist Dr. Watson, großer Kanal oder relativ großer Kanal, 225.000 Abonnenten, ging die Impfstoffentwicklung zu schnell. Und dann dieser Satz hier, Inhalt geprüft vom Vaccine Confidence Project am 24.06.2021. Das ist ein sehr merkwürdiger Titel und der hat mich dann zu dieser ganzen Recherche gebracht. Also das sind lauter Videos, die eben die Impfung positiv darstellen, die dafür sorgen sollen, dass wenn man noch Zweifel hat, durch diese Videos die Zweifel beseitigt werden. Auch so von Kanälen wie German Let's Play, also die nichts mit Wissenschaft oder Medizin zu tun haben. Oder Piet Smiet, der hat glaube ich auch nichts damit zu tun. Das sind so lauter Creator, die Videos gemacht haben und dann, wie ich hinterher gelesen habe, vom YouTube angeschrieben wurden, ob sie dabei sein wollen, ob sie auch in dieser Playlist vorkommen möchten. Und dann wurde dieses Video geprüft von diesem Vaccine Confidence Project und dass es heute sehr viel gehen wird. Okay, was ist denn das Vaccine Confidence Project oder genauer gesagt, was macht denn YouTube zum Thema Impfung? Hier haben wir den offiziellen YouTube Blog. Ja, das ist der official YouTube Blog. How we are supporting COVID-19 vaccine education. So, das ist ein langer Blog-Eintrag von YouTube und da führen sie eben aus, wir produzieren Videos zum Thema, wir helfen, dass die Videos eine große Reichweite erzielen, die eben zum Thema Impfung aufklären, die zur Impfung animieren, die verschiedene Fragen und Zweifel und Ängste, die man zum Thema Impfung hat, eben aufklären, wie sie sagen und lösen. So, und hier habe ich euch mal einige interessante Sachen raus, also das natürlich die von den Local Health Authorities, also von den vertrauenswürdigen offiziellen Stellen und dann new campaigns to address vaccine hesitancy, also das Zögern, sich impfen zu lassen, soll durch eine neue YouTube-Kampagne begegnet werden. We are excited to share today that we will be working with the vaccine confidence project, das gleiche, was gerade die Videos geprüft hatte, at the London School of Hygiene and Tropical Medicine towards an upcoming global campaign, also sie wollen eine globale Kampagne mit YouTube starten, that will feature the personal stories of people getting vaccinated and help to remind us all we have to look forward to as a vaccinated world recovers from the pandemic. Also sie wollen eine globale Videokampagne machen, mithilfe dieses Vaccine Confidence Project, wo lauter einzelne Influencer sich impfen lassen und eben davon erzählen, wie gut die Impfung gelaufen ist, dass sie keine Probleme damit hatten und so weiter. Ab sofort, bisher haben sie schon 60 von solchen Video Zusammenarbeiten gemacht mit Influencern, mit mehr als 65 Millionen Views insgesamt und da bringen sie verschiedene Beispiele, was sie alles schon gemacht haben. Von wann ist dieser Blogeintrag übrigens? Der ist vom 18. März, ja, ist also schon jetzt drei, nee, vier Monate her. So, da haben sie also mit dieser Kampagne begonnen und dann schreiben sie auch ganz stolz zum Schluss, Also sie gehen gegen Videos vor, die in irgendeiner Weise Missinformationen, Fake News rund um Impfung verbreiten und wir wissen, dass das bei YouTube ein sehr weit gefasster Begriff ist. Es wurden auch schon Videos gesperrt, die einfach nur Fakten berichtet haben, wie zum Beispiel, dass in Deutschland ein kleines Mädchen aus Versehen geimpft wurde. 850.000 solcher Videos hatten sie schon bis März gelöscht und 30.000 davon seit dem letzten Viertel von 2020, die ganz speziell gegen Covid-19-Impfvorschriften von YouTube vorgegangen waren. Okay, das ist jetzt eine allgemeine Seite, die darüber berichtet, aber jetzt ein bisschen spezieller auf einem weiteren Blogeintrag. Dieser Blogeintrag einen Monat später vom April, Ende April 2021. Covid-19-Vaccines get back to what you love. Ja, kommen wir, holen wir uns das zurück, was wir lieben. Hugging your grandparents, traveling with friends, having family over the holidays, seeing co-workers in Possen. Also die Leute, die man liebt, umarmen, sie wieder treffen können. Hier seht ihr es, Enkelin oder Sohn, weiß ich nicht, mit Oma, Mutter zusammen, endlich wieder berühren dürfen. Return to a more normal way of life. Und da haben sie auch so ein Werbevideo, schauen wir uns das mal kurz an. Because Everything heißt das. Von YouTube in Zusammenarbeit mit The Vaccine Confidence Project, worauf wir gleich wirklich eingehen müssen. Also schauen wir uns das Video mal an. Also lauter positive Emotionen, Geburtstagsfeiern, Überraschungspartys, alles was nicht möglich war. Hier auf einem Rollercoaster unterwegs, im Flug mit Baby, zur Mom im Urlaub am Strand, Hochzeitsfeier, because, 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 because. Kinder machen Sport, Karate. Große kulturelle Veranstaltung, Opa tanzt mit Stock. Kinder umarmen sich. Get back to what you love. Und dann natürlich, hier ist ja klar, mit dem Pflaster, was ihr nach der Impfung bekommt. Vaccine Info, YouTube und The Vaccine Confidence Project. Interessant, auch hier wieder, die PR-Leute haben zugeschlagen. Es wird nicht geworben, zu keinem Zeitpunkt wird damit geworben, dass ihr nicht krank werdet. Oder auch nicht, dass ihr andere nicht krank macht. Sondern das Einzige, womit sie werben, sind diese positiven Gefühle. Wir können wieder alle zusammenkommen, was wir nicht konnten. Also das heißt, die Maßnahmen werden aufgehoben. Das versprechen wir euch, dass ihr andere weniger krank macht oder dass ihr selber nicht krank werdet. Das taugt einfach nicht als Emotion, haben offenbar PR-Leute festgestellt. Das haben wir schon bei anderen Videos gesehen. Okay. Und hier sehen wir auch das erste Mal ein Zitat von Professor Heidi Larsen. Das ist Director of the Vaccine Confidence Project. Dieses mysteriöse Projekt. Das Vaccine Confidence, also wörtlich das Impfvertrauensprojekt. Younger people around the world, sagt sie, are key to the success of global vaccine programs. But given the lower burden of disease this group has faced, they may be less motivated to get vaccinated. This campaign seeks to inspire us all by reminding us of the things we love and can't wait to get back to. Also jüngere Leute sind der Schlüssel zum Erfolg des globalen Impfprogramms. Aber da sie nicht so stark krank werden, könnte bei ihnen die Motivation nicht so groß sein. Deswegen müssen wir sie sehr motivieren, um wieder zu dem zu kommen, was wir alle lieben. So und hier haben sie eben, YouTube sagt eben, Today we are excited to launch the first chapter of a public service announcement series in partnership with the Vaccine Confidence Project as a London School of Hygiene. Okay, sie verweisen wieder darauf, sie arbeiten wieder zusammen, noch mehr Videos, noch mehr Videolöschungen, Videos, die von diesem Vaccine Confidence Project eigens bewilligt werden, freigeschaltet werden, dadurch mehr Reichweite erhalten sollen und so weiter und so weiter. Dieses Vaccine Confidence Project hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Seht ihr hier? Haben auch jede Menge Videos drauf, aber bis auf, glaube ich, drei Videos, die hier 170, 280 und 290.000 Views haben, haben alle anderen ihrer Videos überhaupt keine Reichweite bekommen. Da hat YouTube denen keine direkte Reichweite gegeben. Die haben nur so dreistellig oder zweistellige Viewzahlen. Aber das ist auch nicht ihr Hauptmotto. Ihr Methode ist, sie suchen sich große Kanäle raus, die etwas zum Thema gemacht haben. Und wenn es ihnen genehm ist, dann wird das durch das Vaccine Confidence Project bewilligt oder autorisiert. Und YouTube macht die noch größer und verbreitet sie und packt sie in eigene autorisierte YouTube-Impflisten. Schauen wir uns mal die Internetseite selbst an. Vaccine Confidence Project. Gegründet von dieser Heidi Larson, einer Anthropologin aus den USA, die mit dem WHO zusammenarbeitet und dann nach London gegangen ist, um das zu gründen. Was ist das denn für eine Institution? Also eine Institution an diesem Londoner Hygiene School, an dieser Universität. Ihr Projekt ist, Impfskepsis zu beobachten in der Welt. Ja, ein Monitoring von Impfskepsis, so dass sie überall weltweit sehen, durch Beobachtung von Social Media, durch Beobachtung lokaler Medien, lokaler Kampagnen, Demonstrationen etc. Beschreiben sie ausführlich. Wo gerade Impfskepsis aufkommt, damit sie schnell Maßnahmen ergreifen können oder Regierungen informieren können. Achtung, bei dir in Nordtansania, da kommt gerade Impfskepsis auf. Du musst was dagegen tun. Gegründet schon, wann war das? Vor zehn Jahren, glaube ich. Vor zehn Jahren haben sie das gegründet. Sehr interessant. Sie beobachten also, so wie heute viele Institutionen die Infektion von Corona beobachten, so beobachten sie die Infektion der Menschheit mit Impfskepsis. Das ist das Projekt von diesem Vaccine-Confidence-Projekt. Bisschen unheimlich. Also sie schauen wirklich, wo kommen gerade Stimmen auf gegen Impfung, wo kommt eine größere Gruppe auf, wo entfaltet sich eine gewisse soziale, mediale Dynamik gegen Impfung oder Fragen zur Impfung. Und dann kommen sie und entweder benachrichtigen sie manche oder sie mit ihren Partnern, wir werden gleich sehen, wer ihre Partner sind, versuchen sie durch globale Maßnahmen, beispielsweise YouTube hier, dagegen vorzugehen. Das ist ihr ganzes Projekt. So, und das ist hier die London School of Hygiene and Tropical Medicine, zu denen sie gehören. Eine renommierte Institution in London. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wer die Partners and Funders sind. Also die Partner und die Geldgeber. So, sie sagen auch, die Funders, also die Geldgeber, haben überhaupt keine Rolle bei Studien, bei Data Collection, Analysis, Interpretation or Writing Studies und so weiter. Sie sind reine Geldgeber. Die Partners, eine ganze Reihe Top-Partner, die wir hier haben. zig EU-Kommissionen, berühmte große Firmen, Gesundheitsorganisationen, die WHO selbst, Charité in Berlin, also Drosten ist ein Partner, Robert Koch-Institut ist Partner, Facebook ist Partner, etc. Aber jetzt kommen wir mal zu den Geldgebern. Das ist nämlich wirklich interessant. Wer bezahlt diese doch ganz erheblichen finanziellen Aufwendungen? Einmal dieses Monitoring von Impfskepsis und natürlich, dass man auch Gelder bereitstellen kann für Maßnahmen. European Commission, also die Europäische Kommission und European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Also, die Europäische Vereinigung von der Pharmaindustrie und Associations. Was ist das? Das ist diese Seite hier. Ja, das ist der Verbund von großen europäischen Pharmakonzernen. Klicken wir mal hier drauf, wer das sind. About us. Gucken wir mal. Who we are. So, und da sehen wir eine ganze Liste von Leuten, die alle Firmen vertreten. Da sehen wir zum Beispiel jemand, der Merck vertritt, ja, berühmter deutscher Pharmakonzern. Jemand, der Pfizer vertritt, also BioNTech, Pfizer. Jemand, der GSK vertritt, jemand, der Bayer vertritt, AstraZeneca ist vertreten, Novartis ist vertreten, Johnson & Johnson ist vertreten, nochmal Pfizer vertreten. Wieder Novartis seht ihr, Roche. Alle großen, alle Hus und alle großen Namen einfach der Pharmaindustrie sind versammelt in dieser Vereinigung. Und diese Vereinigung ist also der Geldgeber von dem Vaccine Confidence Project. Nochmal, die Pharmakonzerne finanzieren dieses Project, was dafür zuständig ist, in YouTube eine Impfkampagne zu leiten, damit die Leute vom Impfen überzeugt werden. Das sind genau die gleichen, die Impfstoffhersteller, die Zulieferer, die von der Impfung massiv profitieren, die momentan Umsätze haben mit der Impfung, die sie sich niemals hätten erträumen können, deren Gewinne durch die Decke schießen. Das sind die gleichen? Wahnsinn. Hätte YouTube das in seinen ausführlichen Blogs, die sie hier geschrieben haben, hätten sie das nicht erwähnen sollen? Hätten sie nicht erwähnen sollen, wir arbeiten mit der Pharmakonzernvereinigung zusammen, um Impfstoffe, um Impfstoffe vertrauenswürdig erscheinen zu lassen und um die Hemmungen vor Impfstoffen zu mindern? Dann weitere, Innovative Medicine Initiative, das ist eine Initiative bestehend aus der Europäischen Kommission und diesem European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, also gehört zu den ersten beiden dazu. Dann GlaxoSmithKline, ein großer britischer Pharmakonzern. Britischer Pharmakonzern, von der Schweinegrippe bestimmt bekannt, vor wenigen Jahren kam wieder das Thema auf. GlaxoSmithKline futschte bei dem Schweinegrippe-Impfstoff, bei dem sie sowieso wahnsinnig viel verdient haben, bei diesem völlig unnötigen Impfstoff und sogar da haben sie den noch gestreckt, um noch mehr Geld zu verdienen. So, die sind nochmal gesondert aufgelistet, obwohl sie in dieser Vereinigung auch schon, obwohl sie in der Vereinigung schon dabei sind. Merck, großer deutscher Hersteller, ist ein Impfstoffproduzent und beliefert, er beliefert den Impfstoffproduzenten Biontech, wie sie hier stolz auf ihrer eigenen Internetseite schreiben. Also wir haben es mit lauter Geldgebern zu tun, hier University College of London, noch eine Institution und Unicef und noch Johnson & Johnson, direkt ein Impfstoffhersteller. Wir haben es also mit lauter Institutionen zu tun, direkt Impfstoffherstellern, direkt Zulieferern, Verkäufern der Pharmaindustrie, die das finanziert. Kein Hinweis von YouTube darauf, dass diese ganzen Pro-Impfungs-Videos finanziert, beglaubigt oder verbreitet werden durch eine Organisation, die finanziert wird von der Pharmaindustrie. Das, finde ich, ist ein ziemlicher Hammer, weil, ehrlich gesagt, sollten sie einem das doch sagen oder sie sollten so etwas gar nicht erst tun und stattdessen nur mit einer Organisation zusammenarbeiten, die nicht als ihre einzigen Finanziers außerhalb der Europäischen Kommission ausschließlich die ganze Pharmaindustrie, ja, das Who and Who von der Pharmaindustrie auflisten. Also das, finde ich, ist schon ein ganz schöner Hammer. Ja, das ist hier die Auflistung, habe ich euch schon gezeigt und ja, und dann seht ihr diese Übersichtslisten, in denen man das sieht. Wäre das anders gegangen? Ja, wäre anders gegangen. Sie hätten Videos zusammenstellen können und dann autorisieren können, zum Beispiel nur von der WHO, vom Robert-Koch-Institut in Deutschland oder sowas, aber doch nicht gleich von der Pharmaindustrie selbst. Und wenn sie so etwas tun, dann sollten sie meiner Meinung nach auch so ein Banner, wie sie es in YouTube immer machen, ein Banner unter das Video schreiben und sagen, hier, pass auf, wurde autorisiert, wurde geprüft von der Pharmaindustrie. Genau das, der sagt, die Impfstoffentwicklung ging nicht so schnell oder der sagt, ich habe mich gegen Corona impfen lassen, war eine tolle Sache oder der Impfstoff ist sicher. Von der Pharmaindustrie. Ist ein bisschen schade, weil das senkt absolut das Vertrauen und wäre unnötig gewesen. Ich freue mich auf eure Kommentare, bis zum nächsten Video. Ciao.